Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rumble Zombieland. Ihr werdet noch mehr sehen oder meine zukünftigen Let's Plays nicht verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. In der letzten Folge ging es drunter und drüber. Es sind drei am ausrüsten, ausraschen. Vichita ist down, weil sie Mila umbringen wollte und wir mussten sie down schießen. An des Weiteren ist Mila durchgedreht, möchte unsere Funkanlage niedermähen, aber Teller Hess schafft es gerade so, das in der Waage zu halten. Was bei allen richtig hart reinhaut, ist hier nicht zurückgewiesen, sondern jemanden Organe entnommen. Jemand starb durch Organentnahme. Das ist richtig blöd. Das dauert auch noch eine ganze Weile. In 2,3 Tage fängt es an zu vergehen und in 5,6 ist es vergangen. Na supi, das läuft doch mal. Des Weiteren, Kolumbus ist Richtung Ausgang. Da muss der Sandman mal kurz einspringen, versuchen ihn einzusperren und das probieren wir aus, bevor die hier Richtung Ausgang rennt. Dann... ja, passt. Dann kann der den hier nicht mal eine Weile reintragen. So, der ist dann hier drin. Vichita ist wieder am Laufen. Da drüben hat einer ein Loch reingesprengt und... Batsch, jetzt können wir ihn wieder laufen lassen. So. Jetzt ist der da schon wieder da. Ja... Der kann hier ein bisschen rumblödeln, das ist okay. Aber sobald er wieder Richtung irgendeine Tür geht, müssen wir dem wieder entgegenkommen. Denn das ist nicht sehr nice. Mila soll sich auch endlich mal beruhigen. Die ganzen, ganzen blöden kleinen Baustellen überall. Richtig, richtig nervig. Vielleicht geht Mila irgendwann down. Den leichten Blutverlust. Schauen wir mal. Ja, erstmal kurz ein bisschen Stoff drauf. Vielleicht hilft es ja. Krankheit. Wer hat die Wundinfektion? Hella. Gut, 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 gut. Behandeln. Wieder Stoff drauf. Oh, so langsam unterwegs. Oh. Was ist da los? Okay, der ist oben. Das kann er machen. Wenn er nicht noch weiter weg geht. Nochmal. Wer hat's jetzt? Oh, Müll. Wir müssen nochmal... Hier. Behandeln. Zwei Stück. Bravo. Na gut. Haben wir es jetzt endlich bald? Nein. Natürlich nicht. Soll's auch anders sein. Komm, Kolumbus. Weiter in die Kolonie. Nicht anrand hin. Wer hat Hunger? Kolumbus. Ja. Sehr gut. Der hat sich gefangen. Na, Gott sei Dank. Zählt bloß noch Mila. Er kann wieder laufen. Warum ist das hier ausgesetzt, Mensch? Ist du bescheuert? Ist du komplett bescheuert, oder was? Meine Güte. Weiter ist das schon fortgeschritten. Bisschen Immunität. Zwölf. Eins zu eins im Moment. Das ist behandelt. Das zweite. Komm schon. Passt. Gut. Hat's dir jetzt endlich bald. Das ist ja schlimm. Was kommt jetzt noch? Spiel. Was wirst du mir sagen? Warum ruckelst du so hart? Sag jetzt nicht, du hast dich aufgehangen. Wehe. Na, Gott sei Dank. Mila hat sich endlich mal beruhigt. Jawohl. Wir gewähren Sicherheit. Vielleicht ist da endlich mal jemand dabei. Zu klug. Gutes Gedächtnis. Abgehend. Was haben wir hier noch? 35, 45, 45. Bio. Schießwürdig. Nachteule. Sozial. Psychisch hochsensibel. Na bravo. Was hast du dabei? Eine Schutzhose. Okay. Okay. Done. Fertig reparieren. Und dann. Ach nein. Nein. Oh, was bist du für ein Deppmensch. Oh. Teller ist. Holz ran. Holz ran. Fix. Warum hat die ein Messer? Das ist echt zum verrückt werden. Das ist echt wahnsinnig mit den Leuten. So. Dann. Hol dir die Pistol. Meine Güte. Oh nein. Das stimmt mit dir nicht. Lass die Leichen drin. Was machst du mit dem? Beleidigungstour wenigstens nur. Schön. Und... Was wird das? Ich schnitz einfach auf den Tisch, oder? Läuft bei euch, Leute. Das läuft richtig hart. Das sieht schlecht aus. So. Ein Handwerk. Konstruktion ist okay. Schießen dann. Probieren wir dich anzuwärmen. Diver. Nichts so. So. Ja. Gucken wir einfach mal. Jetzt ist auch schon mal für jeden chill Zeit angesagt. Ja. Chillen, schlafen, passt. Mila, wo ist dein Bett? Hier. Kann ich laufen? Warum nicht? Weil... O-Meko retten. Gut. Was ist denn noch? Ist immer noch so... Wer war's? Kolumbus war's. Kolumbus darf behandeln. Oh, und füttern. Piratenhändler. Pfff. Pfff. Sehr gut. Und danach noch füttern. Sehr gut. Oh, Meko. Oh. 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 Und... Ja, passt. Gut. Das hier mal wieder. So, Garnzeug. Bald fertig. Oh, nein. Noch ein Piratenhändler. Hm. Hm. Supi. Was... Stimmt mit euch nicht? Was hab ich getan? Hm. Lauf, 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 lauf. Warum schlafen die ein? Tellers, 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 tellers. Bauen. Oh, Sandman. Was? Kein Holz. Mach mich nicht schwach. Struktur. Struktur. Kalkstein. Kalkstein-Tür. Kommt Kalkstein-Tür. Sandman. Und Stoff geben. Oh nein. Nein, das ist ja auch. Hm. Du, sollst die Kalkwände bauen? Hm. 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 So, slow laufen lassen. Ausweichen. Gut. Passt. Er verschwindet wieder rein. Und weg mit dir. Mach, was du willst. Aber mach. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Tellers, komm her. Gibt doch Stoff drauf. Und rein mit dir. Weg. Und zu machen. Zu, zu, zu. Schaut's hier aus. Schwer. Mila. Behandeln. Kolumbus. Ersten Piratenhändler. Ah, mei. Ach, weg. Was haben wir hier noch? Eine Armprothese. Körperteleffizienz 50. Holen wir die doch. Ja, annehmen. Sehr gut. Hier. Das war schrechter Arm. Operation. Implattiere einfache Armprothese. Rechte Schulter. Ja. So, wer macht's? Mila oder Vishita? Umeko. Okay. Und schauen wir doch mal. Es ist einfach mal Zeit. Nein. Operieren. Jetzt. Gut. Hier ist das Dach weg. Da können wir zumachen. Da können wir zumachen. Sonsten. Blinkende. Sieht nicht mehr so aus. Wutanfall. Macht Sandman. Alles kaputt wahrscheinlich. Ja. Kolumbus. Funk mal den anderen an. War das der? Ah. Blöd. Ja. Passt. Ist auf dem Weg. Ist schon betäubt. Nein. Wartet noch kurz darauf. Na hoffentlich klappt das auch. Zusammenbruch extrem. Little Rock. Was macht Little Rock? Forschen. Ja. Die Batterien sind fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann hauen wir. Was machen wir? Psycho-e-tadadam. Die Schmiede. Die Solarzellen. Schauen wir die Solarzellen raus. Strom. Strom, Strom, Strom. Noch ein Piratenänder. Sehr gut. Kolumbus. ou. Taktieren. Ach, da ist er, äh, Zadle, Bumalups, Neutramin, Bauteile, Flake, Muntermacher, Bionomisches Ohr, ok, das passt alles. Das läuft, das Alpaka hat sich erholt, dann hier können wir zähmen, wer macht zähmen, zähm, 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 trainieren, training, team, gut, Mila, Mila, schläft, Mila schläft, kann aber kein Ereignis essen, natürlich, was ist Bumalup, Bumalup ist doch Früchte, ist doch da, wo haben wir es, hier, Bären, kein geeignetes Essen, Was, hat ein Fehler gemacht? Boah, wirst du mir jetzt nicht sagen, dass das weg ist? Ah, na bravo. Betäubt, Prellung am Oberkörper, rechte Arm fehlt und das allerbeste, natürlich, die einfache Armprothese ist weg. So, dann war es das hier an dieser Stelle, richtig, richtig, das stresst mich wieder richtig. So ein Bumsmatch, dauernd nur am Kacken, die Operation. Hier. Mach das, passt. Ah, jetzt pennst du eh. Egal, mach was willst. Das war es hier an dieser Stelle, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.